Die Welt verändert sich. Es besteht kein Zweifel, dass Vielfalt in Führungsteams von Unternehmen bessere Geschäftsergebnisse, einen besseren Ruf des Unternehmens, mehr Kreativität und Offenheit bedeutet, höhere Produktivität und Gewinne. Im Jahr 2020 traten 2.289 neue Personen in Führungspositionen der Stocks Euro 600 Unternehmen ein. 35% von ihnen waren Frauen. Es hilft, dass die Unternehmen profitieren, innovativen und respektiviert werden. Manfredein der Unternehmen geht es um die Ressourcen zu benötigen, wie möglich. Heute, die Technologie hat einige von den Barschern verletzten, die Menschen auf die Barschern verletzten, wie die Leben und die Arbeit, aber es ist wichtig, dass wir zusammenarbeiten, um die resten der Barschern verletzten. A diverse talent is a catalyst for better ideas and innovative thinking. The correlation is clear. Using that wide variety of talent is a key success factor for my company. The real question should be why not empowering a woman at board level? There, be confident, show up. We women need to be a partner in the design of the solutions for the future. And we can do that by being on boards and in top management positions today. Together with joint forces we can change and shape the better world. Unternehmen in Europa verändern sich. Aber nicht alle und nicht überall. Weitere Informationen finden Sie im EWOP Gender Diversity Index 2020.